So, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Sexadvisor-Video und heute möchte ich euch mal 5 Dinge vorstellen, die ihr wahrscheinlich alle kennt und die mich zumindest sehr an Combat Arms nerven. Der erste Punkt, der mich richtig an Combat Arms ankommt, sind die Camper. Dafür kann Nexton jetzt ausnahmsweise mal nix dafür. Und ich seh es ja ein, wenn man nicht immer sinnlos rushen muss, aber wenn ich zum 5. Mal von dem gleichen Bastard an der gleichen Stelle gesnipet werde und ich kann nicht mal richtig treffen, weil das Arschloch sich so versteckt hat, dass ich gerade nur noch seine Waffe sehe, dann hat dieser fette, eklige No-Life echt ein Paar auf die Fresse verdient. Alternativ zu solchen kleinen Mistgeschwören kann man auch nicht viel tun, außer sie zu umgehen und die dann von der ungedeckten Seite ihrer hässliche Drecksfresse zu polieren. Das nächste, was mich an Combat Arms richtig anmardet, sind die Minen in einem normalen Gameplay. Ich würde verstehen, wenn die Dinger die übelst geilen KDs ziehen lassen, aber das tun sie nicht. Sie gehen nur Leuten wie mir, der balzt auf den Sack und wer es nötig hat, sich solche killgeilenden Anal-Minen zu holen, der ist echt, um seinen nicht vorhandenen Skill zu betrauern. Als Alternative würde es sich jetzt eigentlich am logischsten anhören, aufzupassen und in keine Minen zu ran. Aber ich persönlich empfinde es als eine Genugtuung, wenn ich den Spassen, die die Dinger legen, während sie das tun, einfach auf ihre No-Skill-Minen draufschieße und sie damit mit ihren eigenen Minen töte. Der nächste Punkt, bei dem ich einen Abwackt bekomme, sind Spezialisten, besonders die, die sehr dünn sind. Ja, natürlich, jemand hat mir der nächste einen enormen Vorteil, aber als ob Nexon nicht schon genug zwölfjährige Kinder um ihr Taschengeld geprellt hätte, geben sie den armen und verwirrbaren Geschöpfen jetzt auch noch sogenannte Spezialisten, die eine Figur haben wie eine Barbie-Puppe, damit man sie auch auf gar keinen Fall trifft. Und dann entstehen zwölfjährige Kiddies, die denken, sie hätten Skill, weil sie mit einer großbusigen Ische rumlaufen, der aus einer RTL-Sendung stammen könnte. Als Alternative hier gibt es ehrlich gesagt keine, die wirklich Skill hat. Scheiß drauf, die Specs haben es verdient. Gegen Specs sollte man einfach spielen, wie das, was ich vorhin die ganze Zeit angekreidet habe. Also am besten einfach, schickt die verdammten Specs mit der RPG zurück in das Inzuchtland, aus dem sie gekrochen sind. Vierter Punkt, Shifter. Das kann man jetzt Folge allgemeinern. Im Grunde kotzen mich nur die ganzen Bugs und natürlich auch die Bug-User an. Damit ihr Schwanzpenetratoren das endlich mal checkt. Das ist genauso bannbar wie Hacken. Also lasst den Scheiß, dann können wir wie eine große, glückliche Familie Inzucht betreiben, okay? Als Alternative hier müsst ihr Glück haben. Entweder habt ihr einen aufmerksamen Elite-Moderator im Raum, oder aber euer Team ist nicht voll ins Hohl und kickt die kleine Schmarottsauser. Also ganz einfach, kicken. Kommen wir zum letzten Punkt, der mich in CA ankackt, und natürlich nur in diesem Video. Und zwar Ansammlungen von Mienen in Porentine. Ich weiß, es ist ebenfalls nur ein Mittel zum Zweck, aber Gottverdammte Scheiße, gehen mir diese verdammten Remote-Grenades auf den Sack. Alternativ spiele ich jetzt nicht wirklich als Teamplayer, aber warum auch? Es sind ja eh alles nur hackende Zwölfjährige. Also scheiß drauf, lasst die Kinder mit den Mienen spielen und holt euch dann den kleinen Bastard, der dahinter sitzt und fresst seine Eingeweide ganz im Osborn-Style. So, dann war's das jetzt auch erstmal für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, ob ihr denkt, dass ich recht habe, was euch sonst so aufregt. Und ja, wenn ihr denkt, dass ich recht habe, dann lasst mir doch einen grünen Daumen da, wenn nicht, auch. Das war's dann wieder von mir, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.